Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit dabei ist der liebe Tobi, der auch nur 6 Stunden zu spät da war. Warte, um mich kurz zu entschuldigen, ähm, Leute, ich kam heute bei Revi an, er hat gesagt, wir nehmen um 10, 11 Uhr auf, weil wir den neuen Sniper austesten wollen. Die neue Sniper, die kann aber dann nicht, das heißt, ich bin trotzdem zu spät gekommen, 2 Stunden, ich hab verschlafen, ich entschuldige mich vielmals. Okay, an der Stelle, Tobi, sei dir verziehen, ich bin froh, dass du dabei bist, Schatzi. Leute, wir werden heute gemeinsam ein kleines NoScope Battle wieder starten, wir haben auch überlegt, wieder eine neue Struktur zu bauen, und dazu kommt aber dann die Tage nochmal mehr, da gibt's nämlich noch wunderschöne Vorschläge aus euren Kommentaren. By the way, falls ihr es noch nicht gemacht habt, meine Freunde, abonniert auf jeden Fall den Kanal, kostenloses Abo, ist da, meine Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir beide gehen jetzt erstmal nach T-Builded T-Bowers und machen da nochmal richtig, richtig, richtig fett leer, denn, Tobi, wir brauchen richtig viele Bounce Pads, Digga, wir brauchen richtig, richtig viele Bounce Pads. Ich geh nach Placen und such Bounce Pads, ja? Genau, Digga, wir brauchen Lamas, wir brauchen alles auf der ganzen verdammten Karte, Digga, und am besten finden wir sogar einen Automaten für Bounce Pads. Wow. Meine Freunde, wir haben vor, ein riesiges No-Scope-Battle, einer riesigen No-Scope-Arena zu machen, meine Freunde, quasi in einer riesigen Bounce Castle oder sowas, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie geil das dann wird, denn, ihr wisst ja vielleicht, dass wir sowas schon mal gemacht haben, hier oben rechts gibt das Video nochmal zu sehen, by the way. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen erstmal hin und reißen T-Builded erstmal ab, denn, ganz ehrlich, alles, was ich hier sehe, stört mich. Und dann, meine Freunde, können wir das von da aus direkt weitermachen. Ich mache jetzt erstmal hier unten alles kaputt und dann, meine Freunde, können wir uns quasi schon dem großen Arena-Bau widmen. Wird auf jeden Fall wieder richtig, richtig groß werden, das kann ich euch nicht verbrechen. Denkt mal, so 20x20 muss das Ding auf jeden Fall haben und ich habe auf jeden Fall Bock, das Ding richtig, richtig krank zu bauen. Vor allen Dingen sollen in die Mitte nochmal vier Jump-Heads oder sowas hin. Hände auf den Boden. Was war das? Was ist das? Alter, ich hoffe, das ist die Polizei. Die Micro-Polizei. Warte mal. Wir sind die Micro-Polizei. Alter, das ist die Micro-Polizei. Tobi, 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 rausnimmts Zimmer, rausnimmts Zimmer, rausnimmts Zimmer, rausnimmts Zimmer, rausnimmts Zimmer. Tobi? Tobi? Scheiße, Alter, die Micro-Polizei. Hilfe! Tobi? Oh, mein Freund, jetzt haben wir dich hier. Hilfe! Jetzt haben wir dich hier. Mann, ist lustig. Du bist richtig dumm einfach. Jetzt haben wir dich hier. Das sagen die immer, wenn die mich haben. Ja, man kennt die Micro-Polizei. So, Tobi, ich glaube, Platz ist hier gleich genug. Wie viele Boundsplätze wären denn deiner Meinung nach genug? 100. Äh, äh, 100, ja. Wie viele hast du? 18. Ähm, so, jetzt können wir da schon anfangen mit dem Bau der Arena des Todes. Alter, das war nicht so cool. Das war nicht so cool. Das war nicht so cool. Ich hatte hier richtig Angst gerade, wirklich. Das war so richtig gut. Oh, Mann, Alter. Ich finde es da auch nett, dass ich mir immer so Feedback gibt, den Sachen nicht machen. Danke wirklich, also das ist auch wichtig. Nee, danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke mir. Danke dir. Dass du quasi dir dankst. Dir dank. Was? Boah, ich würde sagen. Wände hochziehen. Stahl rein. Und Wände hochziehen, Stahlwände, so 4 Meter hoch, die Stahlwände. Aber ich würde noch nicht die Bars-Bizze machen, ne? Nee, am Boden noch nicht. Ich kann die schon mal an die Seiten machen, oder? Nee, nein, nein, sonst stört es ja. Die am Boden kann ich aber schon mal setzen. Ja, wenn du willst. Alter, es wird so heftig. Das wird heftig, das sage ich euch, Leute. Das sage ich euch, Leute. Ich sage es den Leuten. Ich sage es den Leuten. Aber ich habe es ihnen gerade schon gesagt. So, das wird heftig. Dann haben wir beide recht. Okay, wir haben es beiden gesagt. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal bitte an. Holy Macaroli. Macaroli, nicht Macaroni. Ja, ich habe es gehört. Gibt es guter Facts. So, jetzt kannst du dich auf die Fägen schon mal welche draufsetzen, Digga. Boah, Digga, was? Alter. Ist ja mal ultra geil, Leute. Ultra geil, lol. Ist ja geil, lol. Alter, das ist so schwer jetzt an die Wände, an die Wände da was zu setzen. Finde ich, du. Ja. Und man kann ja die ganze Zeit, man ist die ganze Zeit quasi am AFK idlen hier, weißt du, was ich meine? Ja, außer halt hier, weißt du. Außer halt dieser einen Ecke, ne? Alter, okay, Tobi, geh in die andere Seite. Warte, ich muss dir noch dein Gewehr geben, oder? Okay, nice, geh her. Ne, Gewehr. Warte, oh Gott. Drop, 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 drop. Ja, ich habe gedroppt. Wo ist das? Munition liegt ja auch irgendwo. Oh mein Gott, ich krieg's nicht. Alter, es wird zu schwer. Es wird zu schwer jetzt aufzwingen. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, ich gehe in eine Ecke und du gehst in eine Ecke, ja? Warte, jetzt ist es zu schwer in eine Ecke zu kommen. Findest du? Ja. Aber ich glaube, richtig springt, dann geht es ganz gut. Ja, jetzt geht es schon. Au, endlich gestorben. Unser riesen Jump-House ist auf jeden Fall fertig. Schau dir das Ding mal bitte an. Richtig, richtig heftig auf jeden Fall wieder. Hier, 200 Jump-Heads verbaut. Tobi hat auch keinen Eintritts mehr übrig. Genau, hä, ist es genau aufgegangen, oder? Stimmt, ich glaube schon, ja. Hä, warte mal. Okay, nice, 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 nice. 200 Jump-Heads, Leute. Oh mein Gott, ich bin aus meiner Ecke rausgegangen. Oh nein, das war ein Fehler. Nein, Digga, nein. Und jetzt gibt es erstmal ein richtig fettes Nostro-Battle. Ohne, natürlich, Leute, wie immer, natürlich ganz hardcore, ohne irgendwie mit Schilden und sowas rum zu hantieren. Ohne Zwicken aber auch. Ohne Zwicken, ohne Beißen, ohne Kratzen, Digga. Auf geht's, Jungs. Guck dir das Ding mal an. Digga, okay. Ist das dein Ernst? Willkommen. Alter. Oh mein Gott. What? Hey. Ah. Guck mal, wie schnell man wieder mit dem hin und her fliegt. Ah. Alter. Ich hab noch keinen Hit gesetzt, du? Ne. Was war das für Frage? Ja, das hätte ich ja gemerkt, wenn ich den Hit gesetzt hätte, oder? Ja. Oh. Hä? Äh. Ah. Digga. Wuuuuh. Nein. Nein. Loll. Nein. Nein, Digga. Nein. Du musst es ziehen müssten. Digga. Es war ein Headshot, das letzte, oder? Ja. Oh mein Gott. Ey, wie krank das von oben aussieht. What? Boah, Junge, das sieht so krass aus von hier draußen, Alter. Holy schmoly. Kaka-Ploni. 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 Okay, Digga. Los geht's. Auf, weiter, weiter, weiter. Ah, Digga, du machst die ganze Dehn hier, ne? Aber ist trotzdem schwer hier. Warte, mach mal du hin und her, und ich mach hier so hin und her, weißt du? Komm mal her. Hey, du hast die ganze Zeit die Granaten, hör auf damit. Ich hab noch eine. Die hab ich in meinem ganzen Lamas gefunden. Uuuuuh. Wo bist du? Uuuuh. Alter, oh. Alter, man muss da so flicken. Nein, 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 nein. Du musst übelst, du musst übelst predikten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, Digga, es ist so schwer damit zu treffen, Alter. Wo bist du? Da. Alter. Es ist so schwer, Jungs, es ist so schwer, Alter. Nein. In der Luft gesniped, Digga. Krank, Alter. Oh mein Gott. Oh Mann. 10 AP auf jeden Fall auf meiner Seite hier. Gar nicht geil an der Stelle. Alter, es sieht von oben so geil aus. Junge, Junge, Junge. Auf, bis, Digga. 1-1. Es sieht echt richtig geil aus, Leute. Ihr könnt's easy nachbauen. Das macht richtig, richtig krank Spaß, wirklich. Das ist Patent, aber. Ja, stimmt. Wer das nachbaut, kriegt eine Anzeige. Bitte, hallo. Ich treff dich doch eh nicht. Oh, 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 oh. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das ist ja tut mir leid. Alter, nein, das gilt nicht. Das gilt nicht. Bitte. Nein, das zählt wirklich nicht. Das gilt doch schon. Wirklich. Digga, ich hab doch nicht mehr meine Waffe gehabt. Ich hab doch 10 AP jetzt noch, komm. Ja, und? Dann ist doch dir halt wieder ausgeglichen. Das ist doch spannend. Was ist da denn ausgeglichen? Das waren meine 10 AP, die ich dir davor abgezogen hab. Ja, das gilt. Das giltet. Das giltet. Wo ist meine Waffe? Das giltet. Okay, dann 1-1. Okay, los gehts. Okay, lass zählen, okay? Aber du hast eh 10 HP, deswegen bist du eh gleich tot. Ohhhh, der Hitsch! Der Hitsch! Der Hitsch! Der Hitsch! Die Ansage kam, bevor ich den Headshot kassiert hab, Dicker. Alter, aber jetzt hab ich wieder 10 HP. Das ist immer so'n, 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 so'n. Ey, Junge, dieses Ding macht so Spaß, Leute. Sucht euch einen Automaten und ein paar Freunde. Sucht euch selber einen Automaten. Genau, das ist nämlich unserer bei Lazy Links. Du dürft ihn nicht anfassen. Wo bist du? Ja, aber... Double Sniper! Was? Nein. Nein, okay, ist unfair. Das war nicht... Ey, Digga, wir müssten mal Jagdgewehr, Double, Double Jagdgewehr machen, Alter. Lass gleich noch mal Jagdgewehr holen. Das 5-Sach-Jagdgewehr. Boah! Der war knapp, der war... Boah, der war... Der war heiß, Alter. Der war heiß, der war heiß, du. Der war heiß. Das geht, Alter. Ich bin... Oh! Komm her! Komm her! Hör auf, ich zau'n! Hör auf! Komm her! Nein! Nein! Was? Ja! Das zählt nicht, das zählt nicht, das zählt nicht. Wahrscheinlich geb ich mir weg. Das zählt aber nicht, Digga, ne? Warum? Ja, Digga, weil du mir jetzt... Ey, Tobi! Das war unfair. Das war wirklich unfair. Mann, wir müssen nicht wieder gleich eskadieren. Entschuldigung. Ne, Digga, denn du hier so anfängst mit deinen Waffen! Ja, doch, das zählt. Komm, scheiß drauf, egal. Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Schiff's gut auf, ey, ey, ey. Verschescht. Hast du die? Ne, ich hab noch keine Waffe. Da liegt die auch. Wo? Unter dir jetzt. Da, genau, ja, ja. Das ist ein Sniper. Hier, dein blaues Jagdgewehr. Nein, hier ist nichts. Hier, guck bei mir, wo ich hilf. Lol, das ist fast unsichtbar, diesen blauen Boden, Digga. Ey, hallo! Das war ein Spaß. Was? Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, Junge. Alter! Okay, Tobi. Sollen wir die Arena nochmal schnell umbauen? Was willst du denn jetzt machen? Ich hab ne kranke Idee, ich hab ne kranke Idee. Warte, wir haben noch ein paar Jagdgewehre. Jump-Gewehre. Wie brauchst du denn noch? Jump-Hits? Ne, Gewehre. Aber willst du in der Mitte so einen Turm machen, oder was? Ja, genau, genau, genau. Alter, du hast manchmal echt coole Ideen. Ich präsentiere den Todestower. Weil, guck mal, jetzt kann man sich nämlich hier mit, Leute. Jetzt kann man sich nämlich hier mit. Kann man sich nämlich tatsächlich den krassen Highgrounds bringen. Guck mal hier, warte, wenn man so macht. So. Kann man nämlich hier richtig kranken Highgrounds bekommen. Hast du gesehen? Ja, ja. Okay, ich würde sagen, auf geht's, Digga. Ey. Da hat man noch ein bisschen... Guck mal, das sieht noch ein bisschen... Ich bin raus. Oh mein Gott, lol. Hallo? Ja. Ich glaub, wir müssen noch eine Ebene drumherum ziehen, oder? Ja. Okay, Tobi. Ich baue alles kurz fertig. Es steht 3-3, Digga. Wir haben den Turm des Todes jetzt auch mit drinne. Wir suchen Tobi noch schnell ein Jagdgewehr, und dann geht's ins Finale. Es steht 3-3, Leute. Ich hab eins blaues, Alter. Nice, Digga. In der Kiste geöffnet. Beide blauen Jagdgewehre, Leute. Ich würde sagen... 3, 2, 1 und... Go, Digga! Turm des Todes! Boah! Boah! Wie bist du? Hast du dich käuselt, du dich jetzt um den Turm des Todes? Ey, Digga, da oben stehen bleiben, Digga! Ja, ne, das war eigentlich Apfel. Ah! Oh, hallo! Alter, das hagelt Kugeln auf dich. Kugelhagel, blei! Du tanzt gerade über den Turm, oder was? Yes! Der Hit, Alter. Nice, 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 nice. Das war schnell der Double-Hit, Alter. Das war der Double-Hit. Boah, Junge, mit zwei Jagdgewehren ist so geisteskrank gezähnen, Alter. Junge, Junge, Junge. Junge Schwede. Alter, Junge. Oh! Oh! Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Turm des Todes, 360. Und jetzt getroffen, Alter. Turm des Todes, nochmal 360. Oh! Oh! Ich hab einen 360 kassiert! Nein, Digga! Nein, 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 nein! Hey, hab ich den Turm des Todes einfach komplett in die Mitte gebaut? Hab ich nicht. Schade. Digga, guck mal, du kannst dich nur... Guck mir mal kurz zu. Du kannst dich nur mit diesen Seiten... Warte. Guck mal, wenn du hier den Turm... Du kannst dich nur mit diesen seitlichen Jump jetzt oben halten, hier. Zack. Ja, ja, die ganze Zeit, ne? Ich hab noch nicht geladen und go. Ich hab noch nicht geladen. Du hast geladen. Hab ich nicht. Oh! Dicker! Oh shit! Den ziehen beide. Boah, Digga, das war so close, Alter. Du warst ganz so knapp. Ey! Wo bist du denn? Du stehst immer da oben ganz kurz. Das ist so unfair. Ja, ich kann's nicht entscheiden. Doch, kannst du. Okay. Boah, Digga, alter. Was für ein Battle hier, Junge. Wo bist du denn? Das war so knapp. Uh, der war auch knapp. Digga, ich hab meine Gewehre nie richtig durchgeladen. Das war so knapp gerade. Wo bist du denn? Am Turm des Todes. Boah! Hey, schießt du denn noch? Ich hab mir das ausprobiert. Man kann so voll gar hin und her zwängen. Hä? Digga, wir treffen uns nicht. Warum ist das denn immer so, Alter? Oh! Hä? Lol! Was? Weg von dir! Wo bist du? Da. Sorry. Oh, der war knapp. Digga, die waren beide close. Die waren beide richtig close von Spiden. Oh, Digga, ich krieg hier Epilepsie, Alter. Das ist richtig anstrengend, Junge. Hä? Der ist durch die durchgeflogen. Ne. Ich kann dich einfach irgendwann wirklich wahrnehmen, Digga. Wir müssen jetzt mal andere Skins nehmen, Alter. Wir müssen rosa Skins nehmen, Junge. Das ist so anstrengend gerade für die Augen. Oh, ein Stahlding ist kaputt. Was betalst du? Alter, jetzt wird's. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Zwei sind kaputt. Zwei sind kaputt. Hör auf die Arena kaputt zu machen. Ich mach. Ich schieß. Ich versuch's nicht zu kennen. Junge, warum treffen wir uns denn nicht gerade? Ja, wir haben uns doch gerade... Wie viel steht's? Drei, vier. Vier? Oh, ja. Nooo, mein Gott, Digga. Endlich, Alter. Der war so knapp. Tobi, ich würde sagen, auch wenn die Leute sich wahrscheinlich jetzt wieder abfacken, ist das okay für dich, wenn wir jetzt sagen... Oh mein Gott, wie leise ich hier rausgekommen bin. Wenn wir jetzt hier einen Unentschieden rausmachen, Tobi, wäre das in Ordnung für dich? Natürlich. Leute, ich kann es nicht mehr sehen. Meine Augen tun richtig weh davon. Alter, das war... Das ist gerade zum Ende richtig anstrengend gewesen, Leute. Es tut mir leid. Ich hoffe mal, ihr wollt noch ein paar davon sehen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor mit euch. Und macht richtig, richtig Bock. Ihr habt's gerade gesehen, Digga. Junge, Junge, Junge. Was für eine geile Kacke man in Fortnite auch alles machen kann, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Dann schaut gerne beim Herrn... Es geht schon vorbei. Und ich würde sagen, Leute... Damit sind wir... Ey. Hallo. 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 Kollege. Kollege, das muss nicht sein. Kollege. Kollege. 5 zu 4 für mich. Das hab dann wohl ich gewonnen, das Battle. User was moved... Ich würde sagen, meine Freunde. Das war so ein sehr wunderschönen Video. Schaut gerne beim Handless Cation vorbei. Und ja, das war's. Macht's gut. Hau da rein bis zum nächsten Mal. Ich hab gewonnen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bye.